So, so, so YouTube. Willkommen zurück zu Geotastic 18k Edition. Wir werden irgendwo abgesetzt und sollen herausfinden, wo wir sind. Wir machen drei Runden, unendlich viel Zeit und ich würde sagen, wir starten rein. Prepare yourself und los geht's mit Runde 1. Rein da. Okay, Japan. Das ist schon mal gut. Osaka-Ecke vielleicht. Was haben wir denn hier? Fuka-U-A-Ra. Fuka-U-A-Ra. Fuka-U-A-Ra liegt doch hier, oder? Also hier ist Fukushima irgendwo. Ich dachte, Fukuhu-A-Ra in der Nähe gesehen zu haben. Da ist Fukushima. Wasser ist auf jeden Fall nordwestlich. Okay, das Meer ist sogar... Das Meer ist nordwestlich. Norden, Osten, Süden, Westen. Also in die Richtung. Ähm, alles klar. Alles klar. Ja. Sieht schön aus, aber wir müssen weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Könnte das... ...die Region sein, wie die aussieht? Hier ist es ja halb eingezeichnet. Ähm... Das da passt nicht. Das sind die grünen Dinger, nicht? Nicht die Straßendinger. Das ist noch blöder. Sieht aber aus, als ob wir so'n Ding... ...was länglich ist, haben. Sieht eigentlich sehr markant aus. Vor allem sieht's aus, als ob hier Wasser ist und hier. Wie heißt denn die Region hier? Hat keinen Namen. Ah ja. Danke, Google. Hilft uns also gar nicht, Fuku... ...U... 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 ...Gelesen zu haben. Na toll. Wenn nicht zufällig eine Stadt so heißt, nicht? Dann... ...den bringt das nix. Und diese Ecke... ...das könnte hier sein, bei Tokio, aber... ...dann wär das ja so groß, das Ding. Das heißt, das ist wesentlich kleiner, diese Ecke... ...und wir haben Wasser auf der Seite. Diesen Buckel, sehen wir den irgendwie? Das könnte hier so sein. Hier ist auch Fukushima. Fukushimaten ist hier, okay. Aber hier ist Fukushima, steht dran. Ähm... ...aber nicht das. Aber das... ...der Knubbel... ...die Ecke passt nicht ganz, nicht? Ich glaub, wir sind viel dichter dran vom Zoom dann an der Stelle... ...als ich mir das wieder vorstellen könnte. ...und dann suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Na, ist das nachher eine Insel vielleicht? Hm... ...neeeh, passt auch nicht ganz, oder? Äh, wir fahren mal weiter. Wir finden sicher noch eine Straßennummer. War da nicht grad eine Straßennummer? Hab ich das im Augenwinkel richtig gesehen? ...so kleine Symbole? Ne. Dachte, das eine blaue ist eine Straßennummer. Knapp daneben ist auch vorbei. Family-Markt, nur 1,2 Kilometer. Können wir direkt einkaufen gehen. Tunnel. Oder was kommen jetzt hier? Links oder rechts? Lieber an der Küste lang. Ich mein, das ist schön hier am Meer. Gut, abgesehen von diesen hässlichen Betonklötzen. Das könnte man schöner darstellen. Aber, so vom Feeling her, ich kann richtig das angenehme, äh, Meerwetter spüren, nicht? Dieses Jahr, wo wir an der Ostsee waren. Ihr wart ja mit dabei, hoffe ich. Ähm, bei meinen Wanderstreams. Haben zumindest die meisten nachge- äh, zugeguckt. Und das war schon echt angenehm. Obwohl wir nur ein oder eineinhalb Mal im Wasser waren. Okay, die 101. Die 101. Ähm. Ähm. 79. 79. 65. 300. 143. 290. 400. 113. 112. 101. Ist doch die Ecke hier mit dem Nubbel, oder was? Dann vielleicht hier, wenn die bis hier geht, vielleicht sogar hier oben. Und jetzt Lake Unico. Wie heißt du denn? Towada. Und du? Auch nicht. Du bist nur im Pool. Miami Lake. Unico. Ich meine, der kann ja nicht super klein sein, nicht? Subari. Subari. Das sind alles nur kleine Pons. Hier sind noch ein paar Seen. Lektapi. Yusanko. Nicht Unico. Hmm. Hier ist auch schon nicht mehr die 101. Die würde hier gehen und würde hier aufhören. Okay, also die startet hier. Sehen wir Noshiro. Noshiro, da. Ist das vielleicht dieser Lake? Oh, das kleine Ding heißt Lake und nicht Pond. Okay. Ja, dann nach dem Lake brauchen wir, glaube ich, da nichts zu suchen. Okay. Aber nach Fukuara State oder Station geht es. Dann heißt das, sind wir auf der Seite vielleicht. Ja, hier ist eine Bahnstrecke. Da ist schon Noshiro. Ishigada. Akita. Und hier ist schon nicht mehr die 101. Dann sind wir wahrscheinlich eher hier. Futada. Fukunakoshi. Oga. So, wir können hier nur auf der Höhe der Züge sein. Wenn da Fukara Station ist. Hier ist die Station gar nicht eingezeichnet. Okay, das ist natürlich auch blöd. Wackimo. Wackimo. Funakoshi. Teno. Futuda. Nelly Futuda. Futada. Dekohamwa. Nee, passt alles nicht wirklich. Okobu. Okay, das liegt ja südlich, nicht? Nur Noshiro. So, heute habe ich es echt mit Nord und Südlich. Dann sind wir doch eher hier. Schwarme. Gashi. Taniknoma. Iwatwe. Shirakama. Tsigatse. Tutsanga. Natcha. Chuchi. Sehe ich jeden Tag genauso. Würde es nicht anders behaupten. Yuniko. Mututsu. Mututsu. Hinashi. Yokisho. Natürlich ist es die letzte Station, nicht? Das muss die letzte sein, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, dass man suchen muss. Fukuhara. Da sind wir. Hier. So. Irgendwo hier sind wir. Oh Mann. Okay. Wir sind sogar direkt an der Station. Station. Okay. Jetzt verstehe ich, was er meint mit, die Station ist links. Die ist wirklich links von uns. Die geht nicht irgendwo links ab. Sie ist physikalisch direkt links. Ich brauche nur rüber gucken, wozu das steht. Da links ist es doch. Oh Mann. Alles klar. Bedeutet, wir stehen exakt da. Da ist die Station, das Ding. Und das dürfte dieses Vorgebäude dann hier irgendwo dazwischen vielleicht sein, wo die sich trennen. Vielleicht stehen wir hier. So. Und auf der anderen Seite, wo ist denn da das Gebäude? Das hier sieht aus wie dann das hier. Aber wir sind doch viel dichter am Wasser. Warte mal. Aber wie kann die denn... Die ist... Hä? War die nicht eben westlich? Von hier denke ich, sie ist südlich. Sie ist östlich. Norden. Osten. Sind wir doch hier. Dann ist das das Gebäude hier. Das ist die kleine Straße rein. Was bist du denn da für ein Gebäude? Das da. Dann stehen wir gerade hier. Das macht mehr Sinn. So. Und jetzt sind wir aber nicht von hier hinten gekommen. Wir sind nach Südwesten gefahren. Und wir stehen vor dem Suzuki-Händler. Können den Straßennamen nicht lesen. Das ist bescheuert. Das ist ein bisschen besser in Südkorea. Da kann ich die Dinger hier lesen. Sätze Problem. Okay. Aber südlichen Suzuki-Händler. Und der steht südwestlich. Nordöstlich. Viel gefahren sind wir nicht. Eigentlich können wir ja nur direkt... ...dann hier bei sowas stehen oder so. Ah ne, warte mal. Wir sind südlich gefahren. Da muss ich ja von hier kommen. Oh, ey, heute... Ich glaube, heute ist nicht mein Geotestik-Tag. Ich glaube nicht, dass er heute ist. Wie seht ihr das? Dann können wir eigentlich nur... ...bei sowas stehen. Okay, da ist noch ein Schild. Das könnte uns helfen. Äh, wo ist es? Schild. Da. Yuku... Yuku... Lai... Yasaikai. Ist neben uns. Und das ist... ...nordöstlich. Und dann ist es... ...nordwestlich. Und dann ist es... ...fukaura. Yusalu... ...Sakai. Okay. Dann stehen wir direkt hier. Ist hier ein Suzuki-Händler. Narita Store. Yamato Transport. Irgendwo so. Und hallo Kevin Peter. Der Chat funktioniert doch. Ich hab mich schon gewundert. Freut mich. Hallöchen und willkommen zurück. Okay, wir stehen genau bei den Straßen, die gegenüberstehen, nicht? Ich glaub, das hier ist die andere Straße. Ja, okay. Wir stehen also genau dort und Bingo Bongo. Komm, wir standen doch vor der anderen. Ich hätte noch mal zurück zum Start machen sollen. Aber wir haben es gefunden. 21 Meter. Ja. Puh, war ganz knapp. Drei Meter mehr und wir hatten einen Punktverlust. Aber wir haben noch 6.000 und weiter geht's mit Runde 2. Okay. Osteuropa. Endlich mal. Da kennen wir uns aus. Und wir stehen an einer guten Stelle. Die sollte auf jeden Fall erkennbar sein. Ähm. Ich hab ein bisschen Bedenken, dass wir nicht in alle Richtungen weiterfahren können. Aber wir versuchen's. Irgendjemand muss es ja versuchen. Wenn ihr es nicht tut, dann eben ich. Oh, ich liebe es, wenn so einzelne Bäume irgendwo rumstehen. Da frage ich mich auch immer, wie hat der es geschafft? Wurden die anderen drumherum gefällt? Oder ist er einfach alleine gewachsen und jemand hat gesagt, boah, ich will hier einen Baum haben. Also häufig, wie das vorkommt, muss es da ja für irgendeine Naturmäßigkeit geben. Ich meine, der Baum ist ja nicht auf einmal groß genug, dass der Trecker ihn nicht mehr umfährt. Oder der Trecker fährt ihn nicht in 300 Jahren um. Nicht? Oder in 30 Jahren. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja recht hoch. Dann wären ja viel mehr Bäume, wenn das sonst der Fall wäre, dass der Trecker um Bäume herumfährt, die so klein sind. Würde mich echt interessieren, wie sowas zustande kommt. Aber wir sind echt auf Sandwegen. Das ist nicht so geil. Wir brauchen unbedingt eine Asphaltstraße. Oh, und hier kommt er nicht voran. Wir müssen in den Einzelklickmodus. So, jetzt kommt er wieder voran. Ist er im Treibsand stecken geblieben, oder was? Oh, eine Straße. Oh, sehr gut. Oh, sehr, 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 sehr gut. Wir sind in Europa. Oh, und das ist Litauen, oder? Oder Estland? Was war denn da gerade für eine Schrift? Minikinunumtete ist auf jeden Fall Estland. Okay. Ich dachte, die Dinger, die mit Gelb sind, sind Litauen. Aber gut. Wieder vertan. Nicht warm. Boah, aber ich kann hier richtig das kühle Wetter, den Herbst spüren. Oh. Nicht so. So ein Wetter hätte ich jetzt auch gerne. Soll ja nächste Woche kommen. Für alle, die die Folge in ein paar Wochen sehen. Heute waren, glaube ich, eine der letzten warmen Tage dieses Jahres und eine der letzten Tropennächte. Das war unerträglich. Das Schild ist parallel. Ich habe da so ein kleines Sheet-Sheet. Da gucken wir mal ganz kurz drauf. Das kann ich mir nicht merken. Parallel hier ist Estland. An den Schildern kann man es zu 99% viel besser ausmachen. Weil die halt auch sehr oft vorkommen. Gut, aber ich habe hier Estland anhand des Namens eigentlich schon mir gedacht. Und die Striche hier, die auch sehr nordisch eher sind. Oh. Oh, mein richtig schöner alter Bahnhof. Bauernhof. Nur, dass die Kamera hier immer so umher flippt. Das ist manchmal schwierig. Ich hoffe, Google entwickelt da mal einen besseren Algorithmus für Google Maps. Sodass es dann ein bisschen flüssiger, sämiger alles ist. Nicht ein bisschen toller und spannender. War dann ein Städtename endlich. Suraye Furakaye. In sechs Kilometern im Norden ist Wasser. Das heißt, wir könnten hier sein. Lake Pipie so. Viele Seen haben die nicht. Ich meine, die haben viele kleine Seen. Das kann natürlich auch sowas hier sein, nur. Puhikala. Das könnte aber auch das Meer sein, nicht? Richtung Norden. Puhikala. Mitusaler. Kapazula. Pasklebka Wir brauchen mehr Hinweise Lokale Sachen helfen nicht Wir brauchen irgendwas Globales Der nächste große Ort in 10 Kilometern Wie heißt dieser Ort hier? Gut, das wird nicht viel helfen Im Zweifel heißt der irgendwas mit Sadukai oder sowas Und Waruwei Und dann hast du das 80-Maufer-Karte Am besten wäre wirklich eine Entfernungsangabe Talin 20 Kilometer Talin 100 Kilometer Dann hast du eine Chance Das irgendwie einzugrenzen Und ich glaube, da vorne kommt das Schild Zum Glück Das Schild zum Glück Vandrea Luste Über die 58 Und die 4 und die 5 indirekt 5 haben wir hier 4 haben wir hier Also die erreichen wir indirekt Über die 202 Und die 58 Da ist die 58 Da ist die 202 So Und wir sind anscheinend auf der 202 Und fahren Richtung Ja, eigentlich sogar ziemlich süden Auf die 4 zu So Angeblich, ja Geht aber dann auf die 211 weiter Also entweder sind wir hier Oder da Wenn wir jetzt wüssten Wie der Ort heißt Hätten wir es, nicht? Was hat der geladen? Fisch Der hat Pienas geladen Rokiskio Premium Qualität Das Milchtransporter, nicht? Okay Milch 50 Bitte abbremsen Chat So Wir sind zwischen Pernu Yagubi Jakobi Kenne ich auch Ähm Pernu Yagubi In 20 Kilometern Entfernung Und Pala Yawenku Rappler Ist da oben Das ist 13 Kilometer nur weg Ne 41 Oh Aber ja Wen Hier Ja Kenne Hier ist 13 weg Okay Okay Wenn das 20 weg ist 20 Kilometer sind Das hier Das wird schon hinkommen Also 20 Kilometer sind irgendwo Sowas hier Ja wie heißt denn die Dieser Ort Das hier geht nach Osten weg Straßennamen oder so Wäre auch ganz Entspannt Hallo Straßenname Wo seid ihr Da Wir sind an der Easy Taloo Da wäre ein Koop Den hätte ich gesehen Also hier können wir Eigentlich nicht sein Nein Nee Easy T Fährt einfach cool Wenn wir wissen Wie dieser Ort Heißt Das steht hier halt nie dran Da steht nur Du bist nicht mehr in dem Ort Ja Aber welcher Vers 80 Kilometer Die verraten dir nix Die schenken dir auch nix Eigentlich müsste es reichen Was wir hatten Da haben wir doch was Wir gehen ins Metaverse War doch klar Dass das Metaverse so aussieht Sehr einladend Natürlich heißt das Meta Was mit Was da wäre Aber Metaverse wäre eigentlich Ganz cool Oh Und auf der anderen Seite Steht auch noch was Und zwar Kergu Okay Kergu Und Meta Serv Hier ist Kergu Dann ist das Meta Serv Und hier Zwischen Sind irgendwo Hier Meta Serv Die Schilder Dann War das Hier eben Die Abfahrt Und irgendwo Hier stehen wir Na klasse Und wir stehen An so ner Ecke Wir sind ziemlich lange Nach Westen gefahren Nix Nach Westen Ne Wir sind Nach Welche Richtung Sind wir Oh nein Ich weiß nicht mehr Wie wir beim Start Losgegangen sind Ne Nach Osten Sind wir Nicht Gefahren Ah Jetzt fahren Wir Nach Osten Hier Sieht es eher Sommerlich Aus Das andere War Ja Herbstlich Und hier Sind die Felder Auch noch Beim Wachsen Nicht Oder Ne Na Obwohl Könnte Könnte Frühsommer Sein Nicht So ein Bisschen Oder Späther Frühling Oder sowas Gibt es eigentlich Spätfrühling Nicht Es gibt Spätsommer Herbst Aber Spätfrühling Okay Hier kommen wir Einfach nur Mitten in dem Wald Das wird mir Nichts Helfen Also Südosten Kommen wir Nirgendwo hin Es könnte Echt sein Dass wir Hier Stehen Oder Dass das Die Ecke Hier Ist Straße Macht Geht Wohin Norden Süden Westen Ne Die Geht Nach Süden Das Wäre Die Die Andere Geht Aber Auch Nach Süd Osten Ja Norden Osten Süden Dann Müsste Die So Weg Gehen Wir Bräuchten Eine Die So Und So So Und So Und Das Irgendwo Hier So Und So Das Wäre Zu Weit Weg Nicht Wir Waren In Den Kergo Da Sind Wir Irgendwie Hingekommen So Und So Wir Stehen Nicht Auf einer Großen Straße Würde Ich Eigentlich Fast Verneinen Stehen Wir Vielleicht Hier Süd Süd Ost Und Sind So Runter Eben Und Dann Hier Hin Das Könnt Passen Nicht Dann Wären Wir Nämlich Genau Zwischen Meta Surf Und Cargo gewesen Okay Beim Start Die Andere Geht Nach Westen Ja Das Passt Nicht Ganz Also Nochmal Die Geht Nach Die geht Nach Nordwesten Nord Osten Süd Westen Die geht So Nicht Der Westen Als Nord Ungefähr Die Ausrichtung Hat Die So Die Andere Geht Nach Südosten Die Macht Das Gleiche Wie Das Hier Die Andere Die Ab Geht Geht In Etwa Nach Südwesten So Das Heißt So Okay Jetzt Weiß Ich Ungefähr Wie Das Dreieck Aussehen Muss Das Gekippt Nicht Das Einfach Ein Stück Gekippt Dann Hätten Wir Das Und Unsere Straße Geht Eigentlich So Eine Kurve Rum Das Passt Schon Auf Diese Stelle Doch Zu Ist Hier Im Fluss Aber Ob Der Eingezeichnet Ist Ist Nach Osten Gut 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 Es Gibt Hier geht Zu Sehr Nach Osten Nicht Ich Glaub Die Muss Ein Stück Nach Süden Mehr Gehen Wo Wir Wären Sind Sind Die Sind Grau Eingezeichnet Oh man Oh man Oh Leute Es Ist Warm Wegen Sie Macht Das Bild Ein Bisschen Kühl Nicht War Am Best Wir Jetzt Noch Mal Wieder Faroe Oder Island Sand Oder Sowas Ich Glaube Da Hilft Uns Nur Unser Super Tool Paint Gehend Nicht Dass Wir Den Straßen Verlauf So Ein Bisschen Aufzeichnen Und Dann Wieder Über Die Karte Legen Und Dann Finden Wir Eigentlich Genau Raus Wo Die Sich Treffen Was Anderes Ich Mean Wir Kriegen Keinen Verlässlichen Hinweis Auf Zehn Kilometer In Alle Richtungen Das Einzige Was Wir Haben Ist Der Straßen Verlauf Wir Haben Kein Dorf Wir Haben Keine Häuser Nicht Wir Klar Komme Ich Irgendwo Hin Auf Diese Kergo Straße Zwischen Metaverse Und Kergo Aber Das Ist Dann Auch Schon Alles Keine Ahnung Also Die Geht Nach Nordwesten Die Geht Ewiglich Blöde Ist Natürlich Dass In Estland Litauen Lettland Sowas Hier Auch Eine Hauptverkehr Straße Sein Kann Die Durchaus Grau Eingezeichnet Ist Natürlich Schlecht Für Uns Tja Da wird Auf jeden Fall Ein bisschen Gebaut Irgendwas Eigentlich Ist Es Nur Relativ Dichter Nutzwald Nicht Also Natürlich Sieht Er Nicht Aus Zu Viel Einheitliche Bäume Sehr Akkurat Gepflanzt Nur Im Randbereich So Ein paar Andere Ich Glaub Die Sind Aber Auch Dabei So Ein Einzupflanzen Aber Man Sieht Schon Wie Künstlich Nicht Einfach Nur Als Flächen Wo Die Bäume Alle Die Gleiche Höhe Haben Wo Hier Mal Gefällt Wurde Oder Ein Sturm Was Weg Gerissen Hat Schon Als Sehr Wirkt Sehr Unnatürlich Weiß Nicht Manche Stellen Sehen Ein Bisschen Natürlicher Schon Aus Aber Viele Sehen Auch Gepflegt Und Gehegt Aus Okay Aber Hier Ja Also Jetzt Sind Wir So Weit Weg Ich Wisse Gar Nicht Ob Ich Hier Den Hinweis Wenn Hier Irgendwas Kommt Jetzt Überhaupt Noch Verwerten Könnte Dafür Zu Wenig Markantes Gekommen In die Richtung Kommen Wir Auf Die Große Straße Oder Das War Doch Richtung Süden Genau Hier Hier War Es Doch Herbstlicher Oder So Oh Mann Ich Weiß Nicht Mal Wie Ich Auf Diese Straße gekommen Bin Das Hätte Ich Mal Merken Sollen Ich Weiß Auch Nicht Ob Bin Ich Hier Rum Gefahren Da Bin Ich Hier Gerade Aus Weiter Gibt Auf Jedenfall Noch Einen Abzweig Nach Süden Gut Es Hilft Alles Nichts Ich Packe Es Aus Ihr Liebt Das Tool Ihr Wollt Das Tool Ihr Kriegt Das Tool Game Paint So Norden Oh Das ist Kein Schönes Norden Na Na Komm Norden Osten Süden Süden Westen Na Komm Zack Startpunkt Markiere Ich Und Hier Das Ist Der Startpunkt Ich Gehe Aber Mal Okay Wir Haben So Ein Dreieck Das Ist Egal Und Jetzt Gehen Wir Von Hier Erst Mal Ab Und Der Geht So Was Von Nach Süden Der Weg Der Erste So Mach Da Ein Kleinen Knick Nach Südwesten Kleinen Klick Nach Südwesten So Geht Dann Aber Gleich Wieder Zurück Richtung Süden Okay Ich mach Das mal Noch Ein Bisschen Also Er Geht Nach Südwesten Nach Süden Nach Südwesten Nach Süden Jetzt Macht Er Eine Bekannte Kurve Das Ist Gut Und Die Geht Bis Südosten Oh Ups Oh War Eigentlich Gar Nicht Schlecht Und Das Ist Relativ Lang Er Ist Ein Bisschen Zu Krumm So Können Wir In Die Straße Rein Ne Die Geht Nur Zu Diesem Milch Hof Und Die Nächste Kurve Nehmen Wir Noch Mit Ging Das Hier Rein Ne Ist Auch Nur Feld Weg Nächste Kurve Ist Lang Gezogen Oh In Den Feld Weg Können Wir Rein Interessant Und Der Geht Bis Ja Fast Er Bis Osten Das Heißt Eine Ganz Lang Gezogene Kurve Nach Osten Und Dann Geht Ein Weg Ab Nach Südwesten Südwesten So Dann Geht Es Ein Stück Weiter Na So Und Dann Kommt Der Weg Geht Weiter Nach Südosten Aber Immer Noch Weiter Nach Osten Aber Der Ist Viel Zu Östlich Schon Nicht Der Geht Er So Und Dann Hier So Vielleicht Und Der Weg Geht Nach Süden Und Zwar Richtig Nach Süden Einfach Zack So Ich wette Schon Das Könnten Wir Auf Der Karte Irgendwie Sehen Jetzt Den Anderen Vom Startpunkt Aus Geht Er Nach Südosten So Macht Dann Ein Knick Nach Osten Geht Dann Wieder Nach Süden Geht Dann Wieder Nach Osten Dann Sind Wir Hier Vorne Dann Kommt Die Erste Markante Kurve Und Die Führt Uns Richtung Nord Osten Okay Die Ist Ein Bisschen Lang Gezogen Und Dann Geht Die Dahinter Aber Direkt Wieder Rüber In Den Osten Nicht Nee Okay Sie Geht Eine Weile Nach Nord Osten So Wahrscheinlich Er Hast Die Ganze Zeit Leicht Gekrümmt Konnt Man Da Rein In Die Straße Ist Auch Nicht Eingezeichnet Und Dann Landen Wir Wieder Langsam Im Süd Osten Und Dann Geht Die Straße Eigentlich Eine Ganze Weile Ost Südosten Südosten Ja Das kann ich nicht gut abbilden Dann machen wir einfach So Und Vielleicht Eigentlich eher Osten Nicht Als Südosten So Vielleicht Irgendwie Okay Machen wir die Kurve Dahinter Noch Ja Komm Die hat so wenig Markante Stellen Gerade Und Da Hinten Geht Dann Rum In Ja Ein bisschen Rumgezogen Hier ist eine Gerade Bis Nordosten So Um Dahinter Direkt Wieder Auf Osten Zu Gehen Oh Auf Osten Zu Gehen Das Sieht Nicht Gut Aus So Und Bist Du Noch Befahrbar Nö Und Dahinter Geht sie Dann Vielleicht Nach Südosten Okay Das Muss Reichen Und Zurück Ich glaube Die ist Viel zu Groß Skaliert Im Verhältnis Zur Anderen Und Die andere Dritte Die geht Nach Nord Westen Aber Mehr nach Westen Das Heißt Ja So Ja Den kleinen Schlenker Hier lasse ich Mal weg Kann man In die Reihen Fahren Nö Gut Nach Nordwesten Kommt Ein Schlenker Der Uns Bis Ja Er Nach Westen Okay Nach Westen Kommt Ein Schlenker Der Uns Nach Norden Führt Können wir Hier Reihen Fahren Nö Der Ist Eine Weile Lang So Und Dann Geht Es Weiter Eine Ganze Weile Einfach Nach Nordwesten Die Hat Wenig Markante Sachen Gehabt Nicht Die Kleinen Schwenker Die Werde Ich Auch Nicht Sehen Komm schon Komm schon Und Dann Geht Es Rum Und Zwar Bis Wir Kurz Wieder Nach Norden Gucken Irgendwie Blockiert Meine Maus Manchmal Oder Meine Hände So Und Dahinter Geht's Direkt Wieder In Kurve Nach Nordwesten Leicht Und Dann Geht's Wieder Nach Norden Leicht So Und Dann Geht's Wieder Nach Nordwesten Leicht Okay Das Müssen Wir Jetzt Auf Der Karte Finden Auf Maps Das Sollte Doch Wohl Ein Kleinstes Sein Da Sehen Wir Schon Mal Das Hier Fällt Raus Hier Das Hier Sieht Doch Gar Nicht Schlecht Aus Aber Der Geht In Die Falsche Richtung Weg Und Der Geht Zu Lang Runter Ich Es Auch Zu Weit Weg Von Hier Unten Wir Können Aber Nicht In der Nähe Von Dem Sein So Eigentlich Macht Die Hauptstraße Das Problem Ist Hier Sind Über Orte Gut Aber Die Können Auch Aus Zwei Häusern Bestehen Nicht Da Darf Ich Mich Vielleicht Nicht So Drauf Auf Halten Und Hier Die Enden Halt Überall Diese Wege Das Heißt Das Sind Keine Wege Wo Ich Sagen Würde Da Können Wir Drauf Sein Hier Auch Zum Beispiel Nicht Der Endet Sofort Hier Ist Auch Ende Im Gelände Gut Die Ging Hier Noch Weiter Nicht So Ich Weiß Nicht Wie Die Straßen Im Weiter Verlaufen Aber Ich Hätte Gedacht Das Muster Erkennt Man Schon Normalerweise War Das Immer Sehr Zuverlässig Wir Kommen Genau Bei Kergu Hier Zwischen Raus Das Wissen Wir Also Wenn Ich In Eine Der Richtung Gehe Komme Ich Hier Irr Wie Hin Können Auch Hier Rauf Gekommen Sein Aber Das Hilft Auch Nicht Da Gibt Es Auch Nicht So Eine Wege Nach Norden Süden Osten Nördlich Davon Würde Ich Uns Auch Nicht Einschätzen Das Das Eine Harte Nuss Am Ehesten Ist Das Hier Noch Zutreffend Nicht Hier Stehen Wir Das Ist Es Ja Das Ist Es Würde Ich Sagen Ja Guck Das Sind Die Beiden Straßen Die Abgehen Das Ist Die Lange Die Runter Geht Dann Sind Wir Hier Angekommen Und In Die Richtung Gefahren Krass Das Dann Ist Das Ganz Wenig Besiedelt Das Erklärte Noch Das Schild Dass Wir Das Kergo Nach Meta Metaverse Raus Fahren Ja Aber Hier Stehen Wir Kann Eigentlich Nichts Anderes Seien Nicht Das Ist Der Andere Weg Die Wir Gesehen Haben Wo Wir Nicht Reinfahren Können Und Das Hier Ist Der Erste Knick Den Wir Sehen Das Der Erste Ja Hier Ist Auch Nome T Wir Haben Auch Irgendwas Mit T Gelesen Und Das Hier Geht Nach Oben Weg Nicht Mit Den Und Das Giraffe Hier Blop 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 Ist Das Hier Haben Wir Und Das Die Straße In Die Wir Nicht Reihen Können Und Wir Stehen In Die Südliche Auf Der Linken Seite So Finish 1,6 56 Und Wieder Hat Uns Paint Gerettet Sehr Geil Cooles Tool Nicht Also Ich hätte Ohne Das Tool Hätte Ich Nicht Diese Ecke In Augen Gehabt Ich Dachte Ich Kam Irgendwie Hier Rauf Von So Und Wir Sind Durch Meta Surf Oder Wurst Aber Dass Wir Durch Kergo Sind Und Dass Das Gebiet Was So Bevölkert Ist Eigentlich Gar Nix Ist Ist Krass Weil Ich Den Koop Ich habe Keinen Einkaufsladen Gesehen Aber Vielleicht Gab es Den Damals Bei Den Bildern Nicht Das Kann sein Das Habe Ich Nicht Bedacht Vielleicht Ist 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 Ja Gewachsen Und Die Bilder Sind Von 2012 Und Die Haben Da Neubau Gebiet gehabt Aber Ja Sehr Schön Hat Doch Geholfen Mal Wieder Paint Auszupacken Danke Paint Und Damit Geht In Die Würde Ich Sagen Runde Drei Die Schaffen Wir Doch Noch Oder 12 Minuten Ja Komm Das Ist Dänemark Oder Schweden Das Kriegen Wir Hin Schweden Nicht Irgendwie Sowas Oh Ja Das Kriegen Wir Hin Cinderella Ist Auch Da Aber Wo Cinderella Ist Gibt Auch Gefahr Äh Das Ist Doch Echt Nicht So Schlecht Finde Ich Cool Geiler Startpunkt Für Geotastic Mal Gerne Mehr Von Sowas Hamnen Lenktit Irgendwo Hier Wasser Ist Richtung Norden Also Erst Dachte Ich Ja Das Sieht Aus Wie Bergen Hier Oben Irgendwo Ne Nicht Bergen Nicht Hammerfest Nicht Buda Wo Waren Das Egal Wir Gucken Mal Ich Glaube Langtit Heißt Langsteg Nicht Also Oder Steg Marien Nein Ja gut Alle Dinger Die Gehen Det Basta Naturen Kange Ah Ne Det Besta Bier ist Auf Jeden Fall Ein Bester Naturen Kange Ach Das Beste Der Natur Was Es Geben Kann Oder Ich Habe Erst Bastard Gelesen Sorry Water Warste Okay Aber Ist Ein Touristischer Ort Ich Glaube Wenn Wir Hier Schaffen Irgendwie Rauszukommen Okay Hier Ist Direkt Hafen Nicht Hier Kann Man Nicht Weiter Fahren Hier Fährt Er Jetzt Über Den Hafen Und So Das Brauchen Man Nicht Das Heißt Hafenanlage Geht Ging In Die Richtung Runter Nicht Ne Hier Ist Auch Noch Irgendwas Was Sind Das Futuristisches Okay Wo Sind Wir Ja So Ja 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 So Sagt Mir Aber Irgendwas Ja So Hab Ich Da Schon Mal Gesehen Ja So Ist Ja So Nicht Ein Stadtteil Von Helsinki Oder Stockholm Ja Ich Dachte Ja So War Hier Oder So Zentrum Westernas Nach Norden Also Wenn Wir In Helsinki Gelandet Sind Wäre Das Schon Wäre Das Schon Klasse Ich Guck Mal Stockholm Aber Die Haben Nicht So Einen Namen Hab Nicht Westernas Und So Södermalm Södermalm Östernas Södermalm Okay Kann Ich Auch Nicht Ganz Ausschließen Was Taden Ja So Ich Hab Ja So Auf Jedenfall Irgendwo Schon Mal Gelesen Ne Da Unten Nicht Ich Glaube Das Haben Wir So In Geotest Sondern In Wie Hieß Es Dieses Bilder Rätsel Das Habe Ich Da Auch Eine Zeit Lang Gemacht Und Da Stand Mal Irgendwo Jersö Aber gut Wahrscheinlich Ist Jersö Auch Nicht So Ein Ungewöhnlicher Name Für Die Ecke Wir Fahren Mal Weiter Vielleicht Finden Wir Eine Karte In So Touristischen Ecken Und Hallo Jemand In So Touristischen Ecken Gibt Es Ja Oft Karten Vielleicht Sehen Wir Eine Karte Oder So For Stars Ah Also Doch Sind Wir In Australien Gelandet Denn For Stars Ist Für Alle Da Was Gerade Eine Verkehrsschule Ja Ja Nicht Das Ist Hier Irgendwas Verkehrsmäßiges Gewesen Was Haben wir Hier Oh Ein altes Segelschiff Oh Guck mal Da wollen Wir Hin Die Passat Oh Und Da Was Steht Hier Länge Met Bla 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 Okay Kann Ich Nichts Lesen Oh Ein Segelschiff Aber Immer Schön Hinter Bäumen Dass Man Es Gar Nicht So Sehen Kann Oh Oh Ist Das Nicht Oh Schade Da Ist Er Jetzt Kommen Wir Dahin Ja Die Flagge Von Arland Gewesen Nicht Die Pommern Liegt Hier Vor Ort Guckt Mal Die Gute Alte Pommern Pommer Aus dem Buchen Rauch Natur Gewürzt Und Das Schmeckt Man Auch Pommer Aus dem Buchen Wald Irgendwie So Nicht War Hilft uns Jetzt Nun Nicht Ähm War Da Eine Karte Ah Ne Aber Ja Sind Wir Vielleicht In Arland Nicht Dass Dass Wir Wieder In Ja So In Arland Oder So Was Sind Im Marihem Oder So Dass Ich Hier Gelesen Hab Weil das würde Erklären Warum Das Schon Wieder Wie Finnisch Aussieht Aber Alles Dänisch Ist Schwedisch Ist Westernas Okay Östernas Da Sind War Das Hat Mich Schon Mal Reingelegt Und Hallo Elias Joel Ist Das Google Maps Quasi Im Hintergrund Läuft Google Maps Aber Das Spiel Heißt Geotastic Gibt Es Auch Als Geo Gesser Aber Das Ist Eine Kosten Pflichtige Variante Bei Geotastic Gibt Es Einige Free Modi Oder Free Donation Support Where Modi Die Man Freischalten Kann Wenn Man Eine Kleine Spende Da Lässt Und Man Kann Auch Seinen Google API Key Bei Dieser Seite Hinterlegen Und Wow Dann Hat Die Seite Keine API Kosten Weil Google API Ist Super Teuer Okay Eigentlich Könnte Ich Die Folge Hier Beenden Nicht Wir Wissen Wo Wir Sind Aber Ich Will Mir Gerade Mal Echt Die Schiffe Angucken Oh Hat Das Wirklich Zwei Türme Oder Ist Das Wieder So Ein Google Fehler Das Hat Wirklich Zwei Türme Oder Hat Das Echt Zwei Türme Das Hat Echt Zwei Türme Never Ever Was Ist Das Für Ein Schiff Hä Nee Oder Das Ist Doch Ein Absoluten Google Fehler Gerade Oder Da Liegen Zwei Schiffe Nebeneinander Die Belgrad Und Die Net Grad So Eng Boah Die Können Sich Ja Berühren Ey Ich Also Ich Hätte Geschworen Dass Das Wieder Ein Google Duplication Error Ist Als Ich Die Türme Gesehen Hab Das Sind Wirklich Zwei Separate Bode Boah Die Sind Mutig Muss Man Mal Sagen Okay Eine falsche Welle Und die Beiden Liegen Im Hafen Im Grund Hier Ist Auf jeden Fall Was Los Okay Aber Wir Gehen Zurück Wir Wissen Ja Wo Wir Sind Im Westen Ist Der Eine Hafen Im Süden Der Andere Oder Im Osten Oder Im Norden Nicht Im Norden War Der Andere Hafen Wenn Wir Jetzt Hier Den Straßennamen Noch Heraus Finden Da Irgendwas Mit Wasser Weg Blablabla Kartoffel Kamera Du Hast Das Auch Warte Vielleicht Können Wir Das Besser Sehen Irgendwas Mit Saan Hier Neptunigat Skegas Kadan Kann Sag Ne Neptunigat Neptunigat Neptun Das Muss Man Irgendwie Sehen Neptun 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 Neptunigat Die meisten Seid Seid Der Nächsten Auch Dabei Bis Gleich